Wir schließen nahtlos an. Du ziehst dich bitte erstmal um. Du ziehst bitte deine normale Klamotte an und kannst ihn mal einladen, übernacht zu gehen. Dann kannst du aufs Klo gehen. So, Moment mal, jetzt muss ich mal her. Die kleine Maus, der geht's gut. Es geht allen gut. Das ist immer ein bisschen doof hier, dass das nicht automatisch dann weiterläuft. Hier ist der Hund. Heiko, nehmen wir mal anders. Heiko geht bitte oben auf den Topf. Die Maus wird hier unten mal das Auffischen. Kann dann nach oben gehen und hier ein bisschen spielen oder so. Da ist das mal was. Der ist nicht satt geworden. Und der Joseph wird sich betrinken. Du gehst jetzt nicht schlafen. Shit. Und da fällt mir grad etwas auf. Und das kann ich so nicht gut halten. Kannst du jetzt hier ein Techtelmechtel mit ihm machen? Große Freiheit, die ich mir grad stelle. Ich hoffe das geht jetzt, dass die beide ans Bett kommen. Oh, vorwärts hat Dexter Angst. Ach ne, na gut. Entschuldigung, ich bin gegen Koke Donald. Okay, wir müssen Heiko folgen. Es tut mir leid. Oh Gott, Joaquin ist da müde. Nee, Heiko. Heiko, das... Das tut er jetzt nicht wirklich. Oh nein. Das tut er jetzt nicht so, was ich mir leid. Oh, kräsch. Mwah. Borbine. Boerbine. Woh. 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 Die Woh. 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 Heiko hat gerade Schmalzlocke im Bett von Josef geknallt. Das ist Apolo. Kannst du hier schlafen gehen? Geht das? Das scheint aber zu gehen eigentlich. Warum... Ich hab doch aber auf dieses Bett geklickt. Warum ging das jetzt nicht? Nee, du musst es jetzt nicht machen. Du kannst ja erst auf den Topf gehen. Also so ist es nicht. Ich wollte es nur probieren, ob es geht. Oh man... Der hat das... Er hat den Ernsthaft jetzt? Nee, Mäulchen. Du kannst gleich schlafen gehen. Ich muss nur nochmal vorher auf den Topf. Ich warte, bis er fertig ist. Jetzt kannst du das verwenden. Ganz offen? Dann schlafen gehen. Klo und dann schlafen, ja? Und wo ist Hundi? Oh, Hundi sieht ganz schmutzig aus, ne? Sehe ich das richtig? Hundi wird da im Aquarium. Heiko ist echt so dreist, ne? Da knallt er den... im Bett von Josef. Ja, du wirst mit dem Hund baden. Ach, der Ommy uses, ne? Der hat heute kein Date gehabt. Kein Date. Und dann wird sein Bett auch noch völlig gesudelt. Das finde ich irgendwie genial. Josef ist so richtig der Arme-Tropse, ey. Bist du mir das verleiht? Josef muss sich hier um alles kümmern. Und dann wird... Also, das hätte ich auch nicht erwartet, dass Heiko das macht tatsächlich. Ich sehe gerade, ob er das hier ein bisschen umbauen können nochmal. Aber eigentlich müsste er sicher vorbeikommen. Ich verstehe es nicht, warum er das gemacht hat. Und dann wird er das Geschäftsabrik machen. Jetzt mal. Macht er das jetzt da drin? Ich hoffe nicht. Ich... Ich... Er geht raus. Dann kommt es wieder. Ich bin echt begeistert. Und dann kann Honig. Okay. gelsin. Und... Ich bin so gut. Ich bin's ja sicher auf. Es ist aber... Vieck. Punkt,comings fixiert wieder. Hier lass uns das. Ähm... Ich versuche dann einmal aufzukochen. Shit. Jetzt machen wir den Imkeranzug an. Und wir müssen Honig sammeln. Das machst du immer. Ach, der ist wach. Der macht sich jetzt nicht wirklich Popcorn. Was hast du so gedacht, ne? Hast du noch nicht gekriegt? Ich wollte gerade sagen, das ist Josef in Schutzanzug. Alter, hier ist was los. Jetzt machen wir nochmal Kaffee. Ähm. Mit dem Aufstehen. Mal duschen gehen. So. Oh Gott. Oh Gott. Kannst du dir dann einmal ein Getränk holen? Ja dann auch ein Stück Kuchen nimm. Das wollte ich in die Küche rausstellen. Ah, Josef. Jetzt haben wir ein bisschen Kenndam hier. Oh, Kenndam. Ja, das war ein Freund. 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 Oh, Moment них to! Oh Gott. Bombaday. Ja dich mag unser Legenzo. Meinung nach Ein Vincebrem ist drin. Sie. B Mittag! Ja dich. Oh man ey, das ist so was, das hab ich euch. Wenn die Gina dann ausgeschlafen hat... Ich glaub an den Anschmalzlocken müssen wir uns ein bisschen gewöhnen jetzt. Der passt ganz gut zu unserem Heiko. Noch mal zu plaudern. Trink deinen Kaffee. Hier ist dein Stück Kuchen. Möchen, du stehst jetzt wieder mal auf und gehst frühstücken. Noch ein bisschen Kaffee. Du könntest dann aber nochmal in deinem völkereimmelten Bett ein Nickerchen machen. Oder ne, geh schlafen. So ein bisschen zumindest noch. Warum ist denn das hier so kalt? Der muss Tat einstellen, bitte wärmer. Das sind nicht alle hier hinten. Ja, das ist ein Stück Kaffee. Was hat denn schon die? Ich hab keine Ahnung. Du bist jetzt auf jeden Fall Pennen. Ach, es ist Wochenende. Super! Dann können wir ja richtig was unternehmen. Sie möchte sich mit einem Kind anfolgen. Das kann ich nachvollziehen. Das machen wir in der Schule. Ich hoffe mal, dass es heute warm wird. Wo ist denn der Hund? Ich weiß nicht, der bleibt das so den ganzen Tag oder was? Das ist ein Dauerflotten. Ja, süß. Tina kann ein weiteres Abzeichen einsammeln. Das macht sie jetzt auch? Deswegen guckst du mal, was er noch zum Magen kann. Geselligkeit. Wissenschaft brauchen wir noch. Teleskop. Kramieren am Computer. Angeln, freischtes Rundkrögen. Fitness bräuchten wir auch noch. Gute Taten. Bring jemanden zum Lachen. Einmal lustig vorstellen, bitte. Einmal lustig vorstellen, bitte. Und jetzt vielleicht? Es ist ein novamente aus. Geht es nicht? Ein baldes Abenteuer. Boomba Sparrow! Pema! Ah! Rabla, Karshi, Stunay! Emboi, Ishioi! Bwene, bla 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 bla! Samso, Kableep! Awww, für dich! Hey, Yos! Oh! Ich freu mich, wo dieses Buch sein soll. Ist hier drin? So. Ich freu mich ernsthaft, wo dieses, ähm, überscroll ich das hier die ganze Zeit? Dieses Pfadfinderbuch? Sie hat's ja nicht in der Tasche. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss den Dauer knutschen. Ah, er spielt mit. Okay. Und wie ist ein Fressi? Der Schwarz! Oh! Ho-ho-ho! Sie hat Ha-ha-ha Oh, Peno-Penoid? New Zapp! Arbal-Vinia-Kwar! Jebara! Eno-Planar! Klanar! Oh, Jarbon de Kool! Ah! Okay. Tippen eben. Kann sie das jetzt hier kaufen? Ich muss das jetzt echt mal ein bisschen suchen. Das ist ja nach dem es geordnet. Dass das ähnlich ist wie mit den... Ne. Hm. Hm. Tja. Gut. Dann nicht. Nein. Nein. Oh! Sie können das mal spenden? Das ist ja noch ein Dottas. Hm. 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 Weis nicht. Ist jetzt noch was... Hm. Hm. Ich weiß es nicht so ganz. Wie das geht, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall ist sie ne super Pfadbinderin, kann man nix anders sagen, diesmal noch schnell. Schnell duschen bitte. Man muss so 18 Ohms abarbeiten, das ist ja eine ätzende Zeit. Oh! Heiko ist krank. Heiko ist krank. Okay. Mäuschen, kannst du? Kann ich ihn kaufen, bitte? Okay, hat sie gekauft. Kann ich ihm aber jetzt nicht in die Tasche schieben, ne? Was? Ne, geht nicht. Waaah! Mach auf damit. Damit auch. Wer ist das? Kann ich vorstellen. Mir der Hund hier hinterher tackelt, das ist zu süß. Kannst du deine Pfadbinderuniform kannst du so nicht anziehen, okay? Waaah! 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 Dieses ist es für mich. Waaah! Ok. Mit der wollen wir, glaube ich, auch gar nichts zu tun haben. Wie lange ist Heiko eigentlich arbeiten? 17 Uhr. Können wir die Medizin, die sie in der Tasche hat, irgendwo hier hinstellen? Laso. 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 Ok. Die wollen von sich aus auf, ich glaub's einfach nicht. Äh, was mit dir? Du kannst mal hier, äh, das Geschäftsall legen. Gut. Da ist die Verschleppung von den Fuß, Scheiße. Oh no. Oh no. Oh no. Ok. Er geht sich aus hören. Ok. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Ist das noch mehr? Ach so. Wenn du das gemacht hast, kannst du mal hier in den Mühen lernen dann. Ach ja, die Kinder. Was ist denn kaputt? Oh no. 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 Pfadfindertreffen in ungefähr einer Stunde. Ok. Ok. Kramieren am Computer, das kann sie doch aber gar nicht. Mikroskop. Hm. Ich muss gerade in den Schaumbad. Ok. Musst du nicht abholt machen, Robert. Was ist denn jetzt schon mehr kaputt? Ist jetzt besser. Hier mal aufwischen. Mein Gott. Was ist denn mit dir los? Wenden. Und dann nimmst du bitte eine erfrischende Dusche. Hier geht's gut. Sie hat dann das Treffen. Der ist echt nur unglücklich wegen diesem Feiertag. Hm. Warum denn? Alter, hier geht alles kaputt. Sie geht jetzt zu diesem Treffen, ne? Ja. Mein Stress. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Bis 15 Uhr noch. Okay, das ist parkbar. Was ist denn mit den Buffy? Mal kennenlernen. Ah, Stress. Oh Gott, wir sind schon wieder in der Überlänge. Ich glaub das nicht. Ich wollte eigentlich immer nur so 20 Minuten Folgen machen. Und eigentlich passieren wird ja nicht viel. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ähm. Aktivitäten, Fähigkeiten. Ähm. Was? Was? Mhm. Mhm. Das war es ja hier. Es war ja hier. Okay. Das ist ja aber so groß. Ja, gut. Sieht nicht schön aus, wenn der sich so steht. Ich beende die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.